Die Ethik der Tugend Ich habe gesagt, dass innere Beschränkung unabdingbar ist, wenn wir wahres Glück erleben wollen. Doch diese Beschränkung ist noch nicht alles. Sie mag uns zwar davor bewahren, irgendwelche dramatischen Untaten zu begehen, doch wenn wir jenes Glück erreichen wollen, dessen Kennzeichen der innere Frieden ist, dann ist sie noch nicht ausreichend. Um uns selbst, unsere Gewohnheiten und Motive dahingehend zu verändern, dass wir lernen, mitfühlen zu handeln, müssen wir etwas entwickeln, das ich hier die Ethik der Tugend nennen möchte. So wie wir uns der negativen Gedanken und Gefühle enthalten müssen, so müssen wir zugleich unsere positiven Eigenschaften ausbauen und verstärken. Welches sind diese positiven Eigenschaften? Es sind die elementaren, menschlichen oder geistigen Eigenschaften. Die wichtigste unter ihnen, die nach der Liebe zu benennen ist, heißt im tibetischen Söpah. Wir haben es hier wieder mit einem Begriff zu tun, der offenbar in keiner Sprache ein exakt passendes Gegenstück hat, obwohl seine Inhalte universell sind. Oft wird Söpah einfach mit Geduld übersetzt. Doch wörtlich heißt es ertragen können oder aushalten können. Doch zusätzlich ist in diesem Ausdruck die Bedeutung von »Entschluss« oder »Vorsatz« im Sinn von Absicht mit eingeschlossen. Somit bezeichnet er eine bewusste Reaktion, im Gegensatz zu einer unüberlegten, reflexhaften Reaktion, auf jene starken negativen Gedanken und Gefühle, die in uns aufzutauchen pflegen, wenn wir in irgendeiner Form Schaden nehmen. In diesem Sinn ist Söpah etwas, das uns mit der Kraft ausstattet, dem Leiden zu widerstehen und uns davor bewahrt, unser Mitgefühl zu verlieren, selbst denjenigen gegenüber, die uns schaden. In diesem Zusammenhang fällt mir das Beispiel von Lopon La ein, einem Mönch aus Namgyal, dem Kloster der Dalai Lamas. Er gehörte zu den vielen tausend Mönchen und Beamten, die nach meiner Flucht aus Tibet von den Truppen der Besetzer inhaftiert wurden. Als man ihn schließlich wieder frei ließ, durfte er nach Indien kommen, wo er sich wieder seiner alten Klostergemeinschaft anschloss. Nach mehr als 20 Jahren fand ich ihn fast genauso vor, wie ich ihn seit unserer letzten Begegnung in Erinnerung hatte. Natürlich war er älter geworden, doch körperlich wirkte er unversehrt. Und was seine psychische Verfassung angeht, so hatte sein schweres Schicksal ihn in keiner Weise negativ beeinflusst. Seine Freundlichkeit und Heiterkeit waren unverändert geblieben. Während wir uns unterhielten, erfuhr ich, dass er in diesen langen Jahren der Gefangenschaft viele Grausamkeiten hatte erdulden müssen. Wie alle anderen war er der sogenannten Umerziehung unterworfen worden, in deren Verlauf er seinem Glauben hatte abschwören müssen und auch oft gefoltert worden war. Als ich ihn fragte, ob er sich je gefürchtet habe, räumte er ein, dass er vor einer Sache Angst gehabt hatte, vor der Möglichkeit, er könne sein Mitgefühl und die Besorgnis für seine Peiniger verlieren. Das bewegte mich sehr und es löste außerdem viele Überlegungen in mir aus. Lopon Lars' Geschichte bestätigte mir etwas, woran ich immer geglaubt hatte. Es ist nicht allein die körperliche Verfassung eines Menschen oder seine Intelligenz, seine Erziehung oder gar seine Sozialisation, die ihn befähigt, Not zu ertragen. Viel entscheidender ist seine Geisteshaltung. Und während manche Menschen vielleicht durch schiere Willenskraft überleben können, leiden diejenigen am meisten, die ihr Söpa weit entwickelt haben. Nachsicht und Mut, im Sinne von Tapferkeit in Zeiten der Not, diese beiden Worte umfassen die Bedeutung der ersten Stufe von Söpa recht genau. Doch wenn jemand diese Eigenschaft weiterentwickelt, dann führt das dazu, dass er oder sie in Notlagen Haltung bewahrt. Man hat das Gefühl, als könne einen Nichts und Niemand tangieren, worin sich widerspiegelt, dass man bereit ist, Qualen um eines höheren geistigen Zielswillen hinzunehmen. Dazu gehört, dass man den Tatbestand der jeweiligen Situation akzeptiert, indem man erkennt, dass dieser speziellen Lage ein unendlich kompliziertes Netz aus miteinander verwobenen Ursachen und Bedingungen zugrunde liegt. Söpa ist der Weg, mit dem wir wahre Gewaltlosigkeit praktizieren können. Es versetzt uns nicht nur in die Lage, uns einer körperlichen Auseinandersetzung zu enthalten, wenn wir provoziert werden, sondern ermöglicht es uns auch, unsere negativen Gedanken und Gefühle abzustreifen. Geben wir jemandem in irgendeiner Angelegenheit nach, tun das aber nur mit Groll und Widerwillen, dann kann man nicht von Söpa sprechen. Wenn uns zum Beispiel ein Vorgesetzter an unserem Arbeitsplatz mit einer Anordnung auf die Nerven geht, wir uns ihm aber trotz unserer Abneigung beugen, weil wir es tun müssen, dann ist das nicht Söpa. Das wesentliche Element von Söpa liegt angesichts von Widrigkeiten in der bewussten Nachsicht. Anders gesagt, wer geduldige Nachsicht praktiziert, darf negativen Impulsen nicht nachgeben, wie wir sie als blockierende Gefühle in Gestalt von Wut, Hass, Rache, Durst usw. erleben, sondern sollte den verletzenden Aspekten entgegenwirken und nicht Leid mit Leid vergelten. All dies besagt jedoch nicht, dass es nicht gelegentlich angemessen sein kann, bei seinem Verhalten hart durchzugreifen. Sich in Geduld zu üben bedeutet, so wie ich es beschrieben habe, nicht, dass wir alles zu schlucken haben, was irgendjemand uns antut und immer nachgeben müssen. Ebenso wenig besagt es, dass wir nie etwas unternehmen dürfen, wenn uns Leid widerfährt. Man darf Söpa nicht mit bloßer Passivität verwechseln. Selbst energische Gegenmaßnahmen können durchaus mit der Praxis des Söpa konform sein. Jeder erlebt irgendwann im Leben Situationen, in denen starke Worte oder gar handfeste Taten angebracht sind. Doch da es unsere innere Fassung schützt, sind wir mit Söpa in einer stärkeren Position, um uns für eine geeignete gewaltlose Reaktion zu entscheiden, als wenn wir uns von negativen Gedanken und Gefühlen überwältigen lassen. Daraus können wir erkennen, dass es geradezu das Gegenteil von Feigheit ist. Feigheit entsteht, wenn wir aufgrund von Angst jegliche Zuversicht verlieren, während geduldige Nachsicht bedeutet, dass wir standhaft bleiben, selbst wenn wir Angst haben. Wenn ich das Wort Akzeptieren verwende, dann meine ich aber auch nicht, dass wir nicht alles in unserer Macht Stehende tun sollten, um unsere Probleme zu lösen, wann immer sie lösbar sind. Doch im Fall akuten Leidens, wenn wir also bereits irgendein Leid erfahren, kann das Akzeptieren mithelfen, dass diese Erfahrung nicht noch zusätzlich durch geistiges oder emotionales Leid belastet wird. Gegen das Altern können wir zum Beispiel nicht viel tun. Besser, man akzeptiert den Zustand, als dass man sich darüber gränt. Es kommt mir in der Tat immer ein bisschen töricht vor, wenn ältere Leute den Anschein von Jugendlichkeit bewahren wollen. Geduldige Nachsicht ist also auch jene Eigenschaft, mit der wir uns davor schützen können, dass negative Gedanken und Gefühle von uns Besitz ergreifen. Sie schützt in Notzeiten unseres Seelenfriedens. Wenn wir auf diese Weise Geduld praktizieren, wird unser Verhalten ethisch gesehen gesund. Wie wir sahen, besteht der erste Schritt der ethischen Praxis darin, unsere Reaktionen auf negative Gedanken und Gefühle zu überprüfen, sobald sie auftreten. Der nächste Schritt, das, was wir tun, wenn wir die Bremse gezogen haben, besteht dann darin, der Provokation mit Geduld entgegenzutreten. Man mag hier einwenden, dass es mit Sicherheitssituationen gibt, in denen das unmöglich ist. Was ist zum Beispiel, wenn jemand, der uns nahe steht und der all unsere Schwachstellen kennt, sich uns gegenüber derart verhält, dass der Ärger völlig von uns Besitz ergreift und unsere Widerstandskraft erschüttert? Unter solchen Umständen können wir tatsächlich an einen Punkt kommen, an dem unser Mitgefühl für den anderen nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Doch wir sollten uns wenigstens darum bemühen, nicht aggressiv und gewalttätig zu reagieren. In so einem Moment brauchen wir etwas, das uns wieder zur Ruhe kommen lässt. Und da mag es am besten sein, das Zimmer zu verlassen und spazieren zu gehen oder auch 20 Mal bewusst zu atmen. Aus diesem Grund muss das Üben der Geduld zum Mittelpunkt unseres Alltagslebens werden. Es geht darum, dass wir uns ganz tief im Innern damit vertraut machen, damit wir in einer schwierigen Lage wissen, worauf es ankommt, selbst wenn das für uns mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist. Wenn wir andererseits dieses Einüben der Geduld schleifen lassen, bis wir tatsächlich in Problemen stecken, dann werden wir der Provokation höchstwahrscheinlich nicht widerstehen können. Eine der besten Methoden, uns mit der Tugend der Geduld, mit Söpa, vertraut zu machen, besteht darin, dass man sich die Zeit nimmt, um systematisch über ihre Vorteile nachzudenken. Sie ist die Quelle der Vergebung. Außerdem gibt es nichts, was auf vergleichbare Weise unsere Anteilnahme anderen gegenüber bewahrt, wie auch immer sie sich uns gegenüber verhalten. Wenn Söpa mit unserer Fähigkeit zusammenkommt, zwischen Handlung und Handelndem zu unterscheiden, dann entsteht die Vergebung wie von selbst. Damit ermöglicht es uns, dass wir die Bewertung einer Handlung zurückhalten und der betreffenden Person gegenüber Mitgefühl empfinden. Ähnlich verhält es sich, wenn wir die Fähigkeit entwickeln, geduldige Nachsicht zu üben. Wir stellen dann fest, dass wir mit der Zeit über eine entsprechende Rücklage an Ruhe und Gelassenheit verfügen. Wir sind dann zunehmend weniger auf Opposition ausgerichtet und ein viel angenehmerer Umgang. Das schafft wiederum eine angenehme Atmosphäre um uns herum, sodass andere leicht Kontakt zu uns finden können. Und wenn wir durch das Einüben von Geduld emotional gesehen solideren Boden unter den Füßen haben, dann gewinnen wir nicht nur geistig und psychisch an Kraft, sondern wir profitieren auch gesundheitlich davon. Den guten Gesundheitszustand, dessen ich mich erfreue, führe ich auf meinen meist ruhigen und ausgeglichenen Geist zurück. Doch der wichtigste Vorteil, den Söpa oder die Langmut mit sich bringt, besteht darin, dass es wie ein starkes Gegengift auf die Heimsuchung wirkt, die das Sich-Ärgern darstellt, diese größte Bedrohung unseres inneren Friedens und damit unseres Glücks. Wir können in der Tat feststellen, dass Geduld unser bestes Mittel ist, um uns innerlich gegen die zerstörerischen Auswirkungen des Sich-Ärgerns und Aufregens zu schützen. Denken Sie daran. Reichtümer können gegen diese Art der Heimsuchung nichts ausrichten. Und ebenso wenig kann es eine Ausbildung, wie gebildet oder intelligent jemand auch sein mag. Auch Gesetze helfen hier nicht weiter und Ruhm ist nutzlos. Nur der innere Schutz durch die geduldige Nachsicht kann uns davor bewahren, in den Aufruhr negativer Gedanken und Gefühle zu stürzen. Das Denken oder der Geist, Semms, ist nicht körperlich. Man kann ihn nicht anfassen oder direkt verletzen. Nur negative Gedanken und Gefühle können das. Daher kann er nur von der entsprechenden positiven Qualität beschützt werden. Beim zweiten Schritt, der uns mit der Tugend der Geduld vertraut machen soll, ist es außerdem sehr hilfreich, Notlagen nicht so sehr als eine Bedrohung unseres Seelenfriedens lo zu empfinden, sondern eher als das beste Mittel, mit dessen Hilfe Geduld erlangt werden kann. Unter diesem Gesichtspunkt erkennen wir, dass die, die uns schaden, uns in gewissem Sinn die Geduld beibringen. Diese Menschen verhelfen uns zu etwas, das wir niemals allein aus Vorträgen lernen könnten und wären die Redner noch so weise oder heilig. Der Hörer darf genauso wenig hoffen, diese Tugend allein durch dieses Buch zu erlernen, es sei denn, er fände es so langweilig, dass es ihm Ausdauer abverlangt. Aus Widrigkeiten können wir die geduldige Nachsicht jedoch lernen. Und gerade jene, die uns verletzen, verschaffen uns unvergleichliche Möglichkeiten, diszipliniertes Verhalten zu üben. Das soll nicht heißen, dass Menschen nicht für ihre Taten verantwortlich sind. Doch erinnern wir uns daran, dass sie vielleicht weitgehend aus Unkenntnis heraus handeln. Ein Kind, das in einem gewalttätigen Umfeld aufwächst, weiß womöglich gar nicht, dass man sich auch anders verhalten kann. Damit wird die Frage nach der Schuld ziemlich überflüssig. Die angemessene Reaktion auf jemanden, der uns Leid zufügt, und hier meine ich selbstverständlich nicht den Fall, dass jemand sich uns zu Recht widersetzt, weil er sich weigert, unseren ungerechtfertigten Forderungen nachzukommen, liegt in der Einsicht, dass er, indem er uns verletzt, letztlich selbst seinen Seelenfrieden, seine Ausgeglichenheit und damit sein Glück verliert. Das Beste ist es, wenn wir Mitgefühl für solche Menschen hegen, allein schon darum, weil der schlichte Wunsch, sie ebenfalls zu verletzen, ihnen ja eigentlich gar nicht schaden kann. Aber uns wird er ganz bestimmt schaden. Stellen Sie sich zwei streitende Nachbarn vor. Einer von ihnen ist in der Lage, die Auseinandersetzung auf die leichte Schulter zu nehmen. Der andere ist jedoch von der Sache wie besessen und sind ständig über Mittel und Wege nach, um seinem Widersacher schaden zu können. Und was passiert? Da er die Bosheit nähert, dauert es nicht lange, bis der dumm vor sich hin brütende zu leiden beginnt. Zuerst wird er an Appetitlosigkeit leiden, dann an Schlaflosigkeit. Schließlich schlägt sich das Ganze auf seine Gesundheit nieder. Tage und Nächte werden ihm zur Qual, mit dem paradoxen Ergebnis, dass er letztlich selbst erleidet, was er seinem Nachbarn gewünscht hat. Wenn wir wirklich darüber nachdenken, dann merken wir, dass es etwas Irrationales hat, wenn wir eine einzelne Person zur Zielscheibe unseres Ärgers machen. Lassen Sie uns ein einfaches Gedankenexperiment durchspielen. Dazu stellen wir uns einen Fall vor, bei dem uns jemand mit Worten beleidigt. Wenn wir aufgrund des Schmerzes, den wir deshalb empfinden, Verärgerung in uns aufsteigen spüren, dann sollten wir diese doch eigentlich auf die geäußerten Worte ausrichten, da sie uns ja den Schmerz zugefügt haben. Stattdessen werden wir aber auf denjenigen wütend, der uns diese Worte an den Kopf geworfen hat. Natürlich lässt sich jetzt einwenden, dass es ja diese Person war, die uns beleidigte, und wir daher völlig zu Recht auf sie sauer sind, weil wir die moralische Verantwortung ja schließlich ihr zuschreiben müssen und nicht ihren Worten. Das mag wohl zutreffen. Doch wenn wir davon ausgehen, dass wir uns eigentlich über das ärgern sollten, was uns tatsächlich den Schmerz zugefügt hat, dann sind die Worte die direkteren Verursacher. Aber sollten wir nicht vielmehr unseren Zorn auf das richten, was die Person, die uns beleidigte, dazu antrieb, nämlich auf ihre blockierenden Gefühle? Denn wenn sie ruhig und ausgeglichen gewesen wäre, dann hätte sie sich anders verhalten. Von den drei in Frage kommenden Faktoren, den schmerzhaften Worten, der Person, die sie äußerte, sowie den negativen Impulsen, die sie antrieben, ist es jedoch die Person, auf die wir unsere Verärgerung richten. Irgendwie ist das nicht konsequent. Wenn man jetzt einwendet, die eigentliche Ursache unseres Schmerzes sei das Wesen desjenigen, der uns beleidigt, dann haben wir immer noch keinen plausiblen Grund über diesen Menschen verärgert zu sein. Denn wenn es tatsächlich in seiner wahren Natur liegen sollte, aggressiv gegen uns zu sein, dann könnte er gar nicht anders handeln. Und in dem Fall wäre die Wut auf ihn vollkommen sinnlos. Wenn wir uns verbrennen, dann ist es unsinnig, dem Feuer böse zu sein. Es liegt in seiner Natur, Dinge zu verbrennen. Dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD Nummer 4. Doch wenn wir uns in Erinnerung rufen wollen, dass das Konzept einer angeborenen Aggressivität oder Bosheit falsch ist, dann müssen wir nur daran denken, dass derselbe Mensch, der uns Schmerz zufügt, unter anderen Bedingungen ein guter Freund werden könnte. Man hat schon häufig gehört, dass Soldaten, die auf entgegengesetzten Seiten standen, sich in Friedenszeiten angefreundet haben. Und die meisten von uns haben es schon erlebt, dass jemand, dem ein schlechter Ruf aus der Vergangenheit vorauseilte, sich als angenehmer Mensch entpuppt hat. Natürlich will ich damit nicht sagen, dass wir uns in jeder beliebigen Situation mit solchen Überlegungen abgeben sollen. Wenn wir körperlich bedroht werden, dann sollten wir unsere Energie besser nicht auf Überlegungen dieser Art richten, sondern zusehen, dass wir die Beine in die Hand nehmen. Doch sich mit den verschiedenen Aspekten und Vorzügen der Geduld vertraut zu machen, ist hilfreich. Es ermöglicht uns, die Herausforderungen, die in kritischen Situationen an uns herangetragen werden, konstruktiv anzugehen. Ich sagte weiter oben, dass Söpah, die Geduld, das Gegenstück zum Vorgang des Sich-Ärgerns ist. Tatsächlich lässt sich zu jedem negativen Zustand ein Gegenstück finden. Zum Beispiel steht die Demut in diesem Sinn dem Stolz gegenüber, die Zufriedenheit, der Gier, die Ausdauer, der Gleichgültigkeit. Wenn man also die ungesunden Zustände überwinden will, die entstehen, wenn negative Gedanken und Gefühle sich frei entwickeln können, dann sollte man die Entwicklung von Tugenden nicht losgelöst von der Einschränkung seiner Reaktionen im Hinblick auf die blockierenden Gefühle sehen. Sie gehen Hand in Hand. Darum lässt sich ethische Disziplin weder auf die bloße Beschränkung negativer noch auf die bloße Stärkung positiver Eigenschaften begrenzen. Lassen Sie uns über die Sorge nachdenken, um zu veranschaulichen, wie dieser Vorgang der Beschränkung in Verbindung mit dem jeweiligen Gegenstück verläuft. Wir können die Sorge als eine Art der Angst betrachten, die zusätzlich über eine ausgeprägt mentale Komponente verfügt. Wir machen immer wieder Erfahrungen oder erleben Dinge, die uns betroffen machen. Wenn nun diese Betroffenheit in Besorgnis umschlägt, dann beginnen wir zu grübeln und erlauben der Fantasie negative Aspekte mit einzubeziehen. Wir beginnen damit, uns Sorgen zu machen. Und je mehr Platz wir diesen Sorgen bei uns einräumen, desto mehr Gründe sprechen für sie. Schließlich stehen wir ständig unter Anspannung, je weiter sich dieser Zustand entwickelt, desto weniger gelingt es uns, etwas gegen ihn zu unternehmen und desto intensiver wird er. Doch wenn wir genau darüber nachdenken, bemerken wir, dass hinter diesem Vorgang eine grundsätzliche Verengung des Blickwinkels und ein Mangel an angemessener Sichtweise verborgen sind. Sie bringen uns dazu, den Umstand zu vergessen, dass Situationen und Geschehnisse die Resultate zahlloser Ursachen und Bedingungen sind. Wir neigen dazu, uns allenfalls auf einen oder zwei Aspekte unserer Lage zu konzentrieren. Dadurch schränken wir uns automatisch dahingehend ein, dass wir ausschließlich nach Wegen suchen, um allein diese Aspekte in den Griff zu bekommen. Das Problem dabei ist, dass wir, wenn uns das nicht gelingt, Gefahr laufen, völlig demoralisiert zu werden. Daher muss der erste Schritt zur Bewältigung einer solchen Besorgnis darin bestehen, dass wir einen angemessenen Blickwinkel für die jeweilige Situation entwickeln. Das lässt sich auf verschiedene Arten bewerkstelligen. Eine der wirkungsvollsten ist, das Augenmerk weg von sich selbst und dafür auf andere zu richten. Gelingt uns das, dann stellen wir fest, dass der Umfang unserer eigenen Probleme schrumpft. Das soll nicht heißen, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse komplett beiseite schieben sollen, sondern eher, dass wir uns bemühen sollten, neben unseren eigenen auch die Anliegen anderer zu berücksichtigen, wie dringlich unsere Probleme auch immer sein mögen. Das hilft, denn wenn wir unsere Anteilnahme im Hinblick auf andere in die Tat umsetzen, dann entsteht Vertrauen wie von selbst und Sorgen und Kummer verringern sich. Bei näherer Betrachtung stellen wir sogar fest, dass die meisten psychischen und emotionalen Leiden, die in der modernen Welt so allgegenwärtig sind, einschließlich der Empfindungen von Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit und so weiter, in jenem Augenblick nachlassen, indem wir aus einem Gefühl der Anteilnahme an anderen heraus aktiv zu handeln beginnen. Meiner Ansicht nach erklärt das, warum eine nach außen gerichtete Ausübung von positiven Handlungen zum Abbau der Besorgnis allein nicht ausreicht. Wenn das zugrunde liegende Motiv nur die eigenen kurzfristigen Ziele berücksichtigt, dann fügen wir unseren Problemen damit lediglich neue hinzu. Wie aber sollen wir mit den Situationen umgehen, in denen wir unser Leben insgesamt völlig unbefriedigend finden, oder in denen wir spüren, dass wir vollkommen von Leid überwältigt werden, wie wir es alle in verschiedenen Abstufungen von Zeit zu Zeit erleben? An solchen Punkten ist es von höchster Bedeutung, dass wir mit all unseren Möglichkeiten einen Weg suchen, der unsere Lebensgeister wieder weckt. Dazu könnten wir uns auf die Dinge besinnen, die auf unserer Haben-Seite stehen. Vielleicht gibt es jemanden, der uns liebt, vielleicht haben wir bestimmte Begabungen, möglicherweise haben wir eine gute Bildung genossen, eventuell ist für unsere Grundbedürfnisse gesorgt, wir haben etwas zu essen, Kleidung, ein Dach über dem Kopf und möglicherweise haben wir in der Vergangenheit sogar selbstlose Taten vollbracht. Ähnlich wie ein Bankier, der die Zinsen selbst für die kleinsten Summen einstreicht, die er verliehen hat, müssen wir auch den geringsten positiven Aspekt unseres Lebens in Betracht ziehen, denn wenn wir keinen Weg finden, der uns wieder nach oben führt, dann ist die Gefahr riesengroß, dass wir immer weiter in unserem Gefühl der Macht und Hilflosigkeit versinken. Das kann uns an den Punkt bringen, an dem wir glauben, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, auch nur irgendetwas Gutes zustande zu bringen. Und damit bereiten wir den Boden für die Verzweiflung. Selbstmord scheint dann vielleicht die einzige Alternative zu sein. Bei den meisten Fällen von Hofflungslosigkeit und Verzweiflung zeigt sich, dass die individuelle Wahrnehmung, die sich die betreffende Person von ihrer Lage macht, entscheidender ist als die objektive Situation. In vielen Fällen mag es ohne die Hilfe anderer tatsächlich nicht mehr weitergehen. Dann geht es eigentlich nur darum, andere um Hilfe zu bitten, aber es mag durchaus Situationen geben, die hoffnungslos sind. Da kann ein religiöser Glaube eine Quelle des Trosts sein, doch das ist ein anderes Thema. Was gehört noch zu einer Ethik der Tugend? Generell lässt sich sagen, dass Extreme auf jeden Fall vermieden werden sollten. So wie Überernährung ebenso gefährlich ist wie Unterernährung, verhält es sich auch mit dem Streben nach der Tugend und ihrer Umsetzung. Selbst edle und hochherzige Anliegen können zu einer Quelle des Leidens werden, wenn man über das Ziel hinausschießt. Ähnlich ist es mit dem Mut. Wenn man den Bogen überspannt, ohne die Umstände angemessen zu berücksichtigen, dann wird er im Handumdrehen zu Tollkühnheit. Extreme untergraben eine der Hauptabsichten, die uns dazu bewegen, überhaupt tugendhaft zu handeln, nämlich einen Ausgleich zu jener Neigung in uns zu schaffen, die uns geistig und emotional heftig auf die andere reagieren lässt, ebenso wie auf jene Vorkommnisse, die unausweichlich Leid in uns verursachen. Außerdem muss man begreifen, dass die Umwandlung von Herz und Geist lo, deren Ziel es ist, dass wir wie von selbst moralisch handeln. Es erfordert, dass wir das Streben nach der Tugend zum Kernstück unseres täglichen Lebens machen. Der Grund dafür liegt darin, dass Liebe und Mitgefühl, Geduld, Großzügigkeit, Demut und so weiter sich allesamt ergänzen. Und weil es so schwierig ist, die blockierenden Gefühle auszumerzen, ist es notwendig, sich an den positiv belegten Gegenpol zu gewöhnen, bevor das andere auftreten kann. So ist zum Beispiel die Entwicklung von Großzügigkeit unabdingbar, um unserer Neigung entgegenzuwirken, zu sehr an unserem Besitz und auch an unserer Energie zu hängen. Anfangs tut man das am effektivsten, indem man Geben übt. Das hilft uns dabei, unseren gewohnheitsmäßigen Geiz zu überwinden, den wir gern mit Fragen rechtfertigen, wie, wenn ich anfange, Sachen zu verschenken, was habe ich dann davon? Geben wird in jeder bedeutenden Religion und in jeder zivilisierten Gesellschaft als Tugend betrachtet und nützt zweifellos sowohl dem Schenkenden als auch dem Beschenkten. Der Beschenkte wird von seiner Sehnsucht befreit und der Gebende kann aus der Freude, die sein Geschenk dem anderen verschafft, Wohlgefühl schöpfen. Man muss aber auch berücksichtigen, dass es verschiedene Arten und Abstufungen des Gebens gibt. Wenn unserem Schenken das Motiv zugrunde liegt, das Ansehen zu verbessern, das wir bei anderen haben, um uns einen Namen zu machen und zu bewirken, dass andere uns als tugendhaft oder Form ansehen, dann entwerten wir diese Tat. In solch einem Fall üben wir uns nicht in Großzügigkeit, sondern in Selbsterhöhung. Ähnlich kann jemand, der viel gibt, dennoch weniger großzügig sein als jemand, der wenig gibt. Es hängt immer von den Möglichkeiten und Absichten des Gebenden ab. Obwohl es kein Ersatz ist, wenn wir etwas von unserer Zeit und Energie verschenken, drückt sich darin aber vielleicht eine höhere Ebene des Gebens aus, als wenn man Geschenke macht. Ich denke hier vor allem daran, jenen Menschen Hilfe zu schenken, die körperlich oder geistig behindert sind, die kein Zuhause haben, die einsam sind, die im Gefängnis sind oder es waren. Zu dieser Art des Gebens gehört es zum Beispiel auch, wenn ein Lehrer sein Wissen mit Lernenden teilt. Nach meiner Auffassung ist das hingebungsvollste geben jenes, das ohne den Anspruch oder den Gedanken an einen Dank erfolgt und dessen Motiv in echter Anteilnahme am Anderen begründet ist. Denn je mehr wir unsere Zielsetzung erweitern, damit den Interessen anderer ein Platz neben unseren eigenen eingeräumt werden kann, desto solidere Fundamente errichten wir damit für unser eigenes Glück. Wenn ich die Demut als einen wesentlichen Aspekt unserer Verwandlung bezeichne, dann scheint das dem zuwiderzulaufen, was ich über die Bedeutung des Selbstvertrauens gesagt habe. Aber ebenso wie es einen klaren Unterschied zwischen berechtigtem Selbstwertgefühl in Form von Selbstachtung einerseits und Selbstgefälligkeit andererseits gibt, wenn sich jemand aufgrund einer falschen Selbsteinschätzung zu wichtig nimmt, so muss man unbedingt zwischen echter Demut als einer Variante der Bescheidenheit und mangelndem Selbstvertrauen unterscheiden. Obwohl diese beiden häufig durcheinander gebracht werden, sind sie doch ganz und gar nicht dasselbe. Vielleicht wird deshalb die Demut heute oft als Schwäche und nicht als Anzeichen innerer Stärke angesehen, vor allem im Rahmen des Wirtschafts- und Geschäftslebens. Die moderne Gesellschaft weist der Demut jedenfalls nicht den Platz zu, den sie in Tibet einnahm, als ich noch klein war. Damals schufen sowohl unsere Kultur als auch die grundlegende Bewunderung der Menschen für die Demut ein Klima, in dem sie erblühte, wohingegen der Ehrgeiz, den man von den völlig angemessenen Bemühungen unterscheiden muss, ein positives vorhaben zu verwirklichen, als Eigenschaft betrachtet wurde, die nur allzu leicht zu egozentrischem Denken führt. Doch die Demut ist im jetzigen Leben wichtiger denn je. Je erfolgreicher wir Menschen als Einzelne wie auch als Gemeinschaft durch die Entwicklung von Wissenschaft und Technik werden, desto entscheidender wird es, sich die Demut zu bewahren. Denn je großartiger unsere weltlichen Errungenschaften sind, desto anfälliger werden wir Stolz und Anmaßung gegenüber. Eine hilfreiche Methode zur Entwicklung von echtem Selbstvertrauen und Demut besteht darin, über Leute nachzudenken, deren Aufgeblasenheit sie zum Gespött für andere macht. Sie sind sich vielleicht nicht bewusst, wie lächerlich sie auf andere wirken, doch alle außer ihnen selbst bemerken es. Dabei geht es aber nicht darum, über andere zu richten, sondern vielmehr darum, dass wir uns vor Augen führen, welche negativen Auswirkungen solche Zustände von Herz und Geist haben können. Indem wir am Beispiel anderer sehen, wohin das führt, wächst in uns die Entschlossenheit, es zu vermeiden. In gewissem Sinn kehren wir das Prinzip um, dass wir anderen nicht schaden, um selbst keinen Schaden zu nehmen, und machen uns den Umstand zu Nutze, dass es leichter ist, an anderen die Fehler zu bemerken als deren Tugenden. Zudem ist es sowieso einfacher, die Schwachpunkte anderer wahrzunehmen als die eigenen. Hier sollte ich vielleicht noch ergänzen, dass die Demut weder mit mangelndem Selbstvertrauen verwechselt werden sollte, noch, dass sie etwas mit dem Gefühl der Wertlosigkeit zu tun hat. Es ist immer schädlich, wenn jemand seinen eigenen Wert nicht richtig erkennt und unter Umständen kann das zu einem Zustand psychischer, emotionaler und geistiger Lähmung führen. Möglicherweise beginnt jemand dann sogar, sich selbst zu hassen, obwohl ich hier einräumen muss, dass mir das Konzept des Selbsthasses nicht plausibel erschien, als es mir zum ersten Mal von westlichen Psychologen erklärt wurde. Für mich stand es mit dem Grundsatz in Widerspruch, dass unser elementares Bedürfnis darin besteht, dass wir glücklich werden und Leid vermeiden wollen. Aber mittlerweile kann ich nachvollziehen, dass jemand Gefahr läuft, sich selbst zu hassen, wenn er oder sie jegliche Perspektive verliert. Doch jeder von uns verfügt über Einfühlungsvermögen und deshalb sind wir alle in der Lage, uns auf positive Weise einzubringen und wenn es sich nur um das Denken positiver Gedanken handelt. Eine andere Methode, um diese Verengung des Blickwinkels zu vermeiden, die uns zu so extremen Zuständen wie dem Selbsthass oder der Verzweiflung führen kann, besteht darin, sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit über das Glück anderer zu freuen. Im Rahmen dieser Übung ist es auch hilfreich, anderen so oft wie möglich Respekt zu erweisen und sie auch mit Lob zu ermutigen, wenn es angebracht erscheint. Sollte ein solches Lob eher wie eine Schmeichelei wirken oder beim Gegenüber Selbstgefährlichkeit wecken, dürfte es besser sein, wenn wir unsere guten Absichten nicht laut äußern. Und wenn wir es sind, die gelobt werden, dann ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir uns das Lob nicht zu Kopf steigen lassen und uns wichtig fühlen. Wir sollten lediglich erkennen, dass es vom Anderen großzügig ist, wenn er unsere guten Eigenschaften lobt. Wenn es bei vergangenen Ereignissen dazu gekommen ist, dass wir die Gefühle anderer missachtet und uns auf deren Kosten mit unseren selbstsüchtigen Interessen beschäftigt haben, so ist es äußerst hilfreich, ein Gefühl der Reue zu entwickeln, damit wir diese negativen Empfindungen für uns selbst bewältigen können. Doch der Hörer und die Hörerin verstehe mich bitte nicht falsch. Ich befürworte hier nicht jenes Schuldgefühl, von dem so viele meiner westlichen Freunde sprechen. Offenbar haben wir im Tibetischen überhaupt kein Wort, welches dem Begriff Schuld exakt entspricht. Und aufgrund seiner starken kulturellen Prägung bin ich mir nicht einmal sicher, ob ich dieses Konzept überhaupt in seiner ganzen Tiefe begriffen habe. Es ist natürlich und zu erwarten, dass wir in Bezug auf frühere Fehler Unbehagen empfinden. Doch wenn sich das zu einem Schuldgefühl ausweitet, dann kommt, so scheint mir, ein Element der Maßlosigkeit gegen sich selbst hinzu. Es ist sinnlos, über Dingen, die wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, so lange unruhig zu brüten, bis wir wie gelähmt sind. Sie sind geschehen. Es ist vorbei. Wenn die betreffende Person an Gott glaubt, dann ist es angebracht, versöhnliche Wege zu beschreiten. Im Buddhismus gibt es zum Beispiel verschiedene Rituale und Übungen, die der Läuterung dienen. Besitzt dieser Mensch aber keinen religiösen Glauben, dann sollte er sich allen negativen Gefühlen, die früheren Fehlern entstammen, stellen, sie akzeptieren und Trauer und Bedauern über sie entwickeln. Er sollte jedoch nicht bei dieser Trauer und Reue verharren, sondern sie zur Ausgangsbasis seiner guten Vorsätze machen, einer tief empfundenen Selbstverpflichtung, anderen nie wieder Schaden zuzufügen und alle Handlungen noch entschlossener auf das Wohl anderer auszurichten. Es erweist sich als äußerst hilfreich, die negativen Taten einem anderen Menschen anzuvertrauen, sie zu beichten, vor allem jemandem, den man wirklich respektiert und dem man vertraut. Doch vor allem sollten wir nie vergessen, dass uns die Möglichkeit der Wandlung, der Besserung erhalten bleibt, solange wir in uns die Fähigkeit zur Anteilnahme bewahren. Wenn wir uns lediglich die Schwere unserer Verfehlungen eingestehen, dann alle Hoffnungen fahren lassen und nichts weiter tun, als uns mit diesen Eindrücken zu konfrontieren, dann machen wir es ganz falsch, denn damit verschlimmern wir unsere Fehleinschätzung nur. Ein tibetisches Sprichwort lautet, tugendhaft zu handeln ist so schwer, wie einen Esel bergauf zu treiben, aber sich schändlich zu verhalten, ist so leicht, wie einen Felsbrocken bergab zu rollen. Man sagt bei uns auch, dass negative Impulse so unvermittelt kommen wie ein Regen und dass sie an Wucht gewinnen, wie Wasser, das abwärts stürzt. Verschlimmert wird das Ganze außerdem durch unsere Neigung, negativen Gedanken und Gefühlen nachzugeben, selbst wenn wir wissen, dass wir das nicht tun sollten. Daher ist es so wichtig, dass wir direkt unseren Hang angehen, die Dinge auf die lange Bank zu schieben und unsere Zeit mit unwichtigem Kram zu vertun, sowie der Aufgabe, uns selbst zu verändern, mit dem Argument auszuweichen, sie sei viel zu groß. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, dass wir uns von dem großen Ausmaß des Leids auf der Welt nicht abschrecken lassen. Das Elend von Millionen ist kein Grund zum Jammern, sondern vielmehr ein Grund, Mitgefühl zu entwickeln. Ferner sollten wir uns bewusst machen, dass es auch als negative Tat bewertet werden kann, wenn wir nicht aktiv werden, wo Tatkraft angezeigt ist. Wenn so eine Unterlassung auf Verärgerung, Bosheit oder Eifersucht zurückzuführen ist, dann haben wir es eindeutig mit blockierenden Gefühlen zu tun. Das gilt für einfache Dinge genauso wie für komplizierte Angelegenheiten. Wenn ein Kellner einem Gast nicht sagt, dass der Teller, den er ihm gebracht hat, soeben aus dem Herd kommt, weil er möchte, dass der Gast sich die Finger verbrennt, dann sind zweifellos blockierende Gefühle im Spiel. Wenn andererseits eine Unterlassung nur auf Trägheit zurückgeht, dann ist der geistige und emotionale Zustand dieser Person nicht unbedingt so negativ. Die Auswirkungen können aber auch in solch einem Fall durchaus schwerwiegend sein, wobei die Ursache weniger im negativen Gedanken und Gefühlen als in mangelndem Mitgefühl zu suchen ist. Daher ist es wichtig, dass wir unseren Hang zur Trägheit genauso entschlossen zu überwinden versuchen, wie wir die Beschränkung unserer Reaktionen auf blockierende Gefühle trainieren. Das ist keine leichte Aufgabe. Und die religiös Orientierten müssen begreifen, dass es hierfür keinen Segen und keine Weihe gibt, die uns, wenn wir überhaupt Zugang dazu hätten, in die Lage versetzten, unsere Wandlung auf der Stelle zu vollziehen. Ebenso wenig kann man auf irgendeine geheimnisvolle Formel oder auf ein magisches Ritual hoffen, mit denen dieser Prozess beschleunigt wird. Alles geht nur Schritt für Schritt, so wie man ein Haus aus einzelnen Ziegeln baut. Oder wie wir im Tibetischen sagen, mehr besteht aus lauter Tropfen. Unsere Körper werden mit der Zeit krank, alt und verbraucht, doch die blockierenden Gefühle altern niemals. Daher muss man sich klar machen, dass dieser Kampf das ganze Leben lang andauert. Der Hörer oder die Hörerin darf auch nicht im Irrtum verfallen, es gehe bei unserem Thema lediglich um die Aneignung von Wissen. Und genauso wenig geht es um die Bildung einer Weltanschauung, die sich vielleicht aus solchen Kenntnissen entwickeln lässt. Nein, wir reden davon, sich eine praktische Tugend anzueignen, und zwar durch beständige Übung und Gewöhnung, sodass diese Tugend schließlich wie von selbst wirken kann. Je mehr Anteilnahme am Wohl anderer wir entwickeln, desto leichter fällt es uns, in ihrem Sinn zu handeln. Und je mehr wir uns an die dazu notwendigen Anstrengungen gewöhnen, desto leichter fallen sie uns. Schließlich wird uns diese Einstellung zur zweiten Natur. Doch Abkürzungen auf dem Weg dorthin gibt es nicht. Sich tugendhaft zu verhalten erinnert ein bisschen an das Großziehen eines Kindes. Sehr viele Aspekte spielen dabei eine Rolle. Und bei unserem Unterfangen unsere Gewohnheiten und Motive umzuwandeln, müssen wir besonders zu Beginn umsichtig und geschickt sein. Wir dürfen uns auch über das erreichbare Ziel keine falschen Vorstellungen machen. Es hat lange gedauert, bis wir so wurden, wie wir sind, und Gewohnheiten lassen sich nicht über Nacht ändern. Wenn wir Fortschritte machen, sollten wir das Ziel ruhig immer höher stecken. Doch es wäre falsch, wenn wir uns von Anfang an schon am Idealzustand orientierten. Wenn ein Kind gerade in der ersten Klasse ist, beurteilen wir sein Fortkommen ja auch nicht so, als ob es sich bereits um einen Abiturienten handelt. In diesem Sinn ist das Abitur das Ideal und nicht der Standard. Anstatt sich immer wieder kurz zu heldenhaften Anstrengungen aufzuschwingen, denen immer wieder Erschöpfungsphasen folgen, ist es effektiver, konstant wie ein Fluss dem Ziel der Umwandlung zuzustreben. Eine sehr hilfreiche Methode bei dieser lebenslangen Aufgabe der Umwandlung besteht darin, sich eine tägliche Routine anzugewöhnen, die je nach Fortschritt angepasst werden kann. Wie bei allem, was Tugenden angeht, ist auch hier ein religiöser Hintergrund von Nutzen. Doch das ist kein Grund, warum sich nicht auch Nichtgläubige der Vorstellungen und Methoden bedienen sollten, die der Menschheit über Jahrtausende hinweg so nützlich waren. Aus der Anteilnahme am Wohl anderer eine Gewohnheit zu machen und jeden Morgen nach dem Aufwachen ein paar Minuten damit zu verbringen, über den Wert einer ethisch disziplinierten Lebensführung nachzudenken, ist ein guter Start in den Tag, ganz unabhängig davon, ob man einen Glauben hat oder nicht. Und dasselbe gilt entsprechend für das Ende eines Tages. Hier sollte man sich die Zeit nehmen und überlegen, wie erfolgreich man in diesem Sinn gewesen ist. Diese Selbstdisziplin ist außerdem dabei hilfreich, die Nachgiebigkeit gegenüber sich selbst abzubauen. Wenn diese Ratschläge Ihnen ziemlich beschwerlich erscheinen, wo Sie doch gar nicht das Nirwana oder die Erlösung anstreben, sondern einfach als Mensch glücklich werden wollen, dann sollten Sie sich daran erinnern, dass jene Dinge uns im Leben die größte Freude und Zufriedenheit schenken, die wir aus Anteilnahme für andere heraustun. Wir können sogar noch weitergehen. Denn während die fundamentalen Fragen der Menschheit, warum sind wir hier, wohin gehen wir, hat das Universum einen Anfang, in jeder philosophischen Schule andere Antworten hervorbrachten, bedarf es keiner Erklärung, dass ein großzügiges Herz und gute Taten zu mehr Frieden führen. Und ebenso offensichtlich ist es, dass ihre negativen Gegenstücke entsprechende Auswirkungen haben. Glück erwächst aus tugendhaften Anliegen. Wenn wir wahrhaftig glücklich werden wollen, gibt es keinen anderen Weg als den der Tugend. Sie ist die Methode, die das Glück hervorbringt. Und die Grundlage der Tugend, so können wir ergänzen, ist die ethische Disziplin.